Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Reaktor wieder hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den offiziellen Trailer zu Atomic Heart an und dann im Anschluss auch gleich den Story Trailer der dieses Jahr heraus kam. Der Rest der kam 2021 raus. Ich weiss bloß dass es ein bisschen zum roboter mechanische Maschinen geht die wohl die Welt übernehmen. Ich habe das ganze Spiel bei einem anderen Let's Player gesehen der auch darauf reagiert hat und ich habe bloß ein paar Sekunden gesehen von daher weiss ich jetzt nicht allzu viel. Ich weiss bloß dass es irgendwie von einem russischen oder ukrainischen Entwicklerstudio ist. Also osteuropäisch genau. Normalerweise machen die ziemlich geile Spiele. Von daher würde ich sagen schauen wir uns das ganze mal an. Und ja, let's go. Ich lasse es mich überraschen. Atomic Heart. Geil. Mother page. Endiş. Mannkes. Was? Wir treing deep rein. Wir sind schon eine Populierung von einem Gりrip. Es ist kein System. Ist kein Music Nightclub mehrGAN. Alte Babuschka darf natürlich da auch mich fühlen. Sieht ziemlich crazy aus. Hat ein bisschen was mit diesen Roboter von Alien Isolation. Und auch von Explore the World of Atomic Heart. Und auch von Last of Us mit diesen Kreaturen die Zähne am Kopf haben. Ihr wisst schon was ich meine, wahrscheinlich sieht ziemlich crazy aus und sehr actionreich. Ich würde sagen wir schauen uns gleich den nächsten Trailer noch an vom gleichen Spiel. Diesmal eben den Story Trailer und genau, let's go. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sieht ziemlich nice aus von der Grafik her. Hey Soldier. Wake up. You okay? I'm okay. Get up. Want to learn Chinese in 5 minuten? Wir sind aus. Wir nehmen Goldie Set. Roboter-artigen Kreaturen. Die City. Ich habe mit einer ETA von 1147-er. Sieht ziemlich nice aus. Wir haben 30 Sekunden, los geht's! 30 Sekunden? Und dann ist es total, wir sind auf dem Kals, mein Kind. Das ist was. Was ist das? 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 Fuck. Ja, sieht man, dass Roboter hier alles übernehmen und durchgeknüpft sind. Humanity is doomed to eternal slavery. Holy shit. Sie sind wirklich echt schrecklich. Alter. 2 2 2 2 2 3 3 ok nice Atomic heart Alter So viele Impressionen auf einmal Im Xbox Game Pass enthalten Ziemlich nice Ähm Ich bin ein bisschen überfordert Aber das sieht ziemlich geil aus Wirklich So ein bisschen wie man sich das vorstellt Wie es in Zukunft vielleicht Auch sein könnte Wenn die Maschinen Roboter Ähm Enteignung verstanden blicken Und die Welt übernehmen So gesagt Das sieht ziemlich crazy aus Ähm Ich bin gespannt Kommt auf jeden Fall auf meine Wischliste Die Trailer und die Webseite Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung dazu Somit würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video hier auf dem Kanal Haut rein Tschüss Tee 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 Tee